Die Acceptance Group ist ein globales Unternehmen mit rund 1600 Mitarbeitern. Wir sind aktiv im Markt der Wasser- und Abwasserbehandlung und bieten da Komponenten und Maschinen an, in der Festflüssigtrennung, in der Aufbereitung, in der Verfahrenstechnik, immer rund um das Thema Schutz und Wiederherstellung des Wassers. Als langjähriges Mitglied bei Hessenmetall ist uns der Wettbewerb Hessen Champions natürlich bestens bekannt. Und da war es für uns gar keine Frage, als hessisches Unternehmen, als engagierter Arbeitgeber und als innovativer Weltmarktführer teilzunehmen. Im Kontext des Hessen-Champion-Wettbewerbs haben wir uns dazu entschlossen, uns zu bewerben mit unserer Vakuum-Technik. Das ist eine Technologie, die es erlaubt, mittels Unterdruck kostensparend und auch minimalinvasiv für die Umwelt Wasser und Abwasser abzutransportieren, dort zu sammeln und dann in die Reinigung zu verbringen.